Ein wunderschönen guten Tag, die Sonne scheint und wir sind heute hier mitten in Frankfurt im Rebstockpark beim Wireless Festival Germany. Hinter mir bilden sich schon die Schlangen, denn die Leute können es kaum abwarten, heute hier reinzukommen, denn es werden heute Rick Ross, Travis Scott, Materia und Caspar und viele, viele andere coole Bands auftreten. Seid gespannt, bleibt dran. Aber was mich am meisten interessiert, auf was freuen die sich eigentlich am meisten? Auf Travis Scott, auf die Gutstimmung. Caspar. Also ich freue mich auf Travis Scott besonders. Oh ich weiß gar nicht, auf alle eigentlich. Die Stimmung steigt, die Leute freuen sich total, gleich geht's los hier bei Wireless Germany in Frankfurt im Rebstockpark.